Hey, ist der Weh! Warte, lass uns mal auch cruisen. Freunde, wir befinden uns gerade in Österreich. Freunde, ich schwöre, 10 Stunden Fahrt. Stau oder Ende, aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt in Österreich angekommen. Ein fettes Weh in den Chat. Ein fettes Weh. Freunde, ihr müsst euch wissen, wir müssen wissen, in Österreich, wir sind auf den Alpen. Die Sonne geht schnell unter. Das heißt, wir haben heute ein bisschen verschätzt mit der Uhrzeit. Wir werden so ungefähr eineinhalb, zwei Stunden heute live sein. Alle schreiben wild, Digga. Dafür machen wir den Stand. Geh zur Seite, Digga. Hör doch mal auf, Junge. Ich fahr kein Ski mehr und gar nichts mehr, ja? Jetzt wird ein Gelder-Stream. Ich würde sagen, wir müssen uns erst mal umziehen. Wir müssen erst mal erklären, was heute ansteht. Was steht heute an? Heute lernen wir erst mal Ski zu fahren. Hier sind so ein paar kleine Pisten. Wir haben heute einen privaten Skilehrer. Wir werden zusammen Skifahren. Die Piste runterfahren. Die Piste hochfahren. Spaß haben. Morgen wird's noch geiler, weil morgen gehen wir in einen Funpark. Mit Looping und so. Looping und alles so. Und Snowboarding. Wahrscheinlich. Morgen Snowboarding. Und ne rote Piste wahrscheinlich. Aber zeig mal die Aussicht, Bruder. Guck mal, was ist das für ne geile Aussicht. Junge, wir sind hier hingefahren. Ich sag euch echt, hier ist es wärmer als in Deutschland. Ey Semi, Semi! 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 Alter! Oh, das ist schwer, Bruder! Oh, Charlie Charlie! Lass mir das lieber sein. Wir wollen auch wirklich heute noch leben. Wir willst uns das da stehen lassen, oder was? Ach krass. Seid mal ehrlich. Wer ist besser am FIFA? Äh... Ja ehrlich. Ohne. Ohne diese Filme. Was denn? Was denn? Was denn? Ski fahren! Wir wollen Ski fahren! Bis gleich, ne? So, Freunde. Wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. Ziehen uns erst mal um. Ey, Chad, was heißt auf Österreichisch? Hallo oder wie geht's dir? Grüezi, oder? Nein, Servus. Servus. Chad, was heißt das? Servus. Was heißt Hallo, wie geht's dir auf Österreichisch? Servus, grüste. Servus, grüste. Servus, grüste. Servus, grüste. Servus, grüste. Das ist... Ah! Junge, was machst du da? Tutamadrea, das heißt das auch auf Österreichisch. So, Freunde. Wir ziehen uns jetzt um. Natürlich können wir nicht so Ski fahren, ne? Da ist nicht die perfekte Skikleidung. Du bist schon komplett nass. Das macht bei dir sowieso keinen Sinn mehr. Das ist komplett nass. Nix ist verboten. Nur die Liebe ist verboten. Wofür gibt's ein Geschoss von Räumen, Bruder? Wir müssen uns jetzt leider hier umziehen wegen dem Internet. Aber das ist ja grüzie Arbeit, ne? So. Natürlich wird alles vorbereitet für uns. Würdest du dich auch am besten jetzt schon mal zeigen? Sind wir zuhause? Mir ist egal. Das ist der Erik warst du, ne? Einen Applaus für Erik. Servus. Wie geht's dir? Servus, grüste. Wie heißt das? Jorsen. Samy. Das ist heute unser Skilehrer, Erik. Der wird uns heute auf jeden Fall... Er hat uns paar Sachen vorbereitet. Wir werden... Ich kann richtig gut spielen, ne? Also fahren. Ich bin Profi. Ich war gestern schwarze Piste. Chat. Wir ziehen uns jetzt um. Wir brauchen natürlich Österreich-Richtung, ja? Lass uns mal hier... Lass uns mal hier gemütlich machen. Wir haben hier natürlich auch einen Anhänger hier. Freund, ich will einfach nur Skifahren, ja? Ich will mich beeilen. Ich will einfach nur die Skifisten runterfahren. Chat, ich will noch nie in mein Leben Skifahren. Ich hab keine Ahnung, was mich jetzt erwarten wird. Aber ich hoffe, es wird geil. Gucken wir uns alle an, Alter. Ich fühl mich so unwohl hier. Ey, sorry, ehrlich. Freunde, ey, das Ding ist... Wir haben nicht geschlafen. Wir haben nichts gegessen. Wir sind 10 Stunden gefahren, Erik, ne? Oha, ich lauf in Roboter, ja? Wenn ich mal da bin, der besser wäre dabei. Ey, Chat, warte mal. Okay, jetzt alles wieder raus. Jetzt raus raus. Erik! Was machst du was? Erik! Ich krieg ja Luft, Erik! Wir werden uns da unten aufholen. Hier? Ja. Hey, da! Ich würd direkt hier anfangen, oder? Kennst du jetzt schon Skifahren, oder nicht? Bisschen schon. Wir sind Profis. Ja, wir haben YouTube-Videos geguckt. Hier. Okay, eine Runde. Eine Runde, Chat, ja. Sofort geil klappt. Okay, dann können wir aber höher gehen. Aber zuerst eine Runde hier. Okay. Nur, dass ich gucken kann. Okay. Ey, ich muss wie Roboter laufen. Tschüss, Alter. Tschüss, wie meinst du jetzt? Ey, Freunde, das wird so ein Reinfall. Ich seh das jetzt schon, ne? So, jetzt kommen hier die Profis. Also, gestern war ich schon auf schwarze Piste, ne? Das ist eigentlich ein Kinderbereich hier so, aber wir sind dafür da, um die beizubringen, weißt du? Freunde, wir müssen doch erstmal lernen. Wir sind doch keine Profis. Wir sind doch hier nicht. Wir müssen uns den noch beibringen. Naja, wir müssen den noch beibringen, ja. So, Kim. Jetzt gehen wir. Man macht die so nach vorne erstmal. Oh! Jetzt ist jetzt erst ein Stundblock. Also, wenn wir da jetzt reinsteigen, dann wird ein bisschen hin und her rutschen. Easy. Jetzt fest. Das ist dann schön klackt. Boah! Stolten! Was für... Nimm deinen zweiten Stecken an. Okay, Freunde. Wir machen jetzt eine Einführungsrunde, bevor wir richtig die Pisten gehen. Guck mal, wie perfekt... Guck mal, wie perfekt... Wie steht man auf? Gibt's einen Trick? Ja, das ist... Einfach so decken, als wär das... Cool. Einfach cool. Ich pack den Geld kaputt, ja. Oh! Hey, hey! Erik, komm mal! Ey, ey, ey! Erik! Warte, warte! Hör mal zu! Ja, ich muss mich doch drehen! So, Erik! Gut. Was wir jetzt machen ist, wir gehen die Knie zum Hang, dann sind wir auf den Kanten. Die Ski um jeweils außen und innen Kanten. Ja. Und jetzt gehen wir in kleinen Schritten Step-by-Step hoch. Ganz kleine Schritte. Okay. Das ist die einfachere Variante. Was ist das denn jetzt? Hochlaufen? Genau, hochlaufen. Mein Gott! Du trittst doch die ganze Zeit auf deinen neuen, Bruder! Ja, aber das hab ich doch nicht extra gemacht, oder? Du musst doch die parallel machen, Bruder! Du bist doch nicht so dumm! Ey, Erik, Erik! Ey, was, was, was? Erik! Ah! Schwung auf, weil ich hab kein Ei mehr! Erik! Ey, meine Beine gehen selber auf! Ey, Bruder, geh mal weg, Erik! Was soll ich machen? Geh doch weg von den Beinen, ich gib mal Eier! Bruder! Ich hab Klostrophobie bekommen, ja! Dein Bein, dein Bein! Ich hab Klostrophobie bekommen! Oh mein Gott! Guck mal! Was ist los? Ey, Sammy, schau, schau! Mach weiter, wir wollen die schwarze Piste, Sammy! Glaub an dich! Glaub an dich, Sammy, wir wollen die schwarze Piste heute noch! Nein, nein! Ey, so kriegen wir nicht die schwarze Piste, Sammy! Du, Carl, du bist nicht mal eins, hätte bitte auch weitergekommen! So, jetzt lieg's der Schuss, probier mal mit beiden Schien aufzupacken! Boah, das geht nicht! Das geht nicht! Richtig, steck dir ist jetzt schwierig! Ey, Sammy, so schaffen wir niemals die Piste, Junge, ja! Was soll ich denn machen, wenn ich auf die Punde bin? Was ist los? Was ist los? Ja? Ich komm hier gar nicht hoch! Ey! So, Mann! Wir können doch keine Piste wegen dir fahren, ja! Was wegen mir? Du kommst doch selber nicht! Ich bin doch aufgestanden wie ein Pop der Baumeister! Ey, Eric, schon wieder! Eric, Eric! Ey, pass auf! Pass auf, Junge! Ey, das ist doch so anstrengend, ne? Können wir einfach die Piste runterfahren! Gut! Jetzt, was wir jetzt aber nur mal probieren, ist im Strand! So! Du ruckst wieder ein bisschen runter, bleib bei mir, mein Schatz! So! Uh! Erig! Erig! Gut! Jetzt! Probier mal's nochmal! Und? Pizzastück! 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 Zusammen! Und Pizzastück! Und Pizzastück! Eric, Eric! Strecke dich doch an! Junge, der sagt zu mir wegen dem Mehl kommt, wenn ich auf die schwarze Piste, ja! Alter, ich hab gleich keine Eier mehr, Eric, ja! Du hast drei Hosen, da hast du immer noch keine Eier mehr! John! Boah! Pizzastück! Pizzastück, das ist gröner! Eric, Eric! Boah! Baby! Hey! Pizzastück! Okay, erst du, Sammy! Boah! Hast du gesehen? Okay, drei, zwei, eins! Was lernen wir hier überhaupt denn? Boah! Hast du gehört? Sauber hat er den Stück gesagt! Ich hab den Dreh raus! Ey, Sammy, bitte! Wir wollen die Piste! Wir sind so nah dran, ja! Boah! Okay, Eric, was machen wir jetzt? Ich kicke das nicht hin! Ey, Sammy, bitte! Wir können keine Piste wegen dir fahren! Boah! Dann soll Sammy hierbleiben! Eric und ich gehen rüber! Hey, Sammy! Ey, Chet! Ja! Ja! Ich liebe Schifahren, Alter! Schifahren ist wie mein Vater, ja! Einfach ein Besenhaut! So! Aber ich bremse! Ich bremse! Jordan! Jordan! Samy! Wie komm ich jetzt aber so hoch, Eric? Alter, was ist das mit dem scheiß Rückwärtsfahren? Ja, Mann! Ich steck dir mal weg! Auf die Verlossung! Jetzt fühl! Ja, ne? Ja, ja! Boah, die Schuhe! Ich fahr gleich die blaue Piste wie Michael Schumacher, ja! Hast du gesehen, ne? Schlimmer, kann ich auch! Hast du gesehen, ne? Ist das schwer hier? Du vereinst, ich könnte ein bisschen schwer werden! Ich schaff das! Ich wess nicht, ich schaff das! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Drei! Wie geh ich jetzt da drauf? Okay, weiter! Geh los! Jawohl! Wie kommt man denn hier hoch? Alter, hör auf! Ich zieh meine Hose gleich raus, Junge! Mach mal 5 Subs! Ich bin fürs Eis nicht gemacht! Sorry! Ich komm hier nicht hoch! Ich sag dir sowas wie Fußball, das ist meins, aber das ist gar nicht meins! Oh mein Gott! Der Werfer dafür nicht gemacht! Ey, sag mal ehrlich! Bin ich gut? Bin ich gut? Lass mal auf die Piste! Geht das schon? Was möchtest du jetzt machen? Alles wegen Samy, Junge, ja! Okay! Erik, ich komm, ne? Scheiß drauf, Bruder, Mallorca ist noch einmal mehr! Warum kannst du das so gut? Ja, Bruder, das ist dumm! Du bist dumm! Wir sind wegen dir auf dem Kinder-Spielplatz! Schaff dich nicht raus! Was ist wegen mir? Boah, mein... Boah! Oh, scheiße! Bruder, du kannst gar nichts, Bruder! Wegen dir fahren wir hier auf dem Kinder-Parkplatz! Das ist zum Üben! Wie lange soll ich üben? Wir haben nur noch eine halbe Stunde! Wie lange soll ich üben? Wie lange soll es auf die Kurse gehen? Können wir wegen dir nicht! Meine Fresse! Ich geh jetzt da hoch! Ich mach jetzt den Salto! Ey, 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 ey! Nein, 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 John! Siehst du? Dann sagt er wegen mir! Dann lass doch meine Hosen los! Was machst du denn da? Meine Beine! Boah! Ich hab keine Zeit mehr, ja? Oh mein Gott! Ich mach das jetzt einfach, ja! Ich schaff alles, dass es mir so scheißegal geht! Wie mach ich denn Kurven? Ey, Erik! Das sind Kurven! So! Perfekt! Perfekt! Das war alles geplant! Also, ich schwöre, ich wollt wirklich hier lang! Ey, ich schwöre, wir brauchen einen Ersatz für Sammy, ja, Chat! Kommt einer aus Österreich! Ich will auf die Piste da drüben, ja! Ich will mir meinen Schädel in die Decke hauen! Guck mal, jetzt die Kurve! Ho, ho, ho! Hey, Baby! Ey, Junge, ja, ich bin Snowballfahrer! Ich bin für die schwarze Piste schon zugelassen, ja! Weißt du, was die schwarze Piste überhaupt ist, Mann? Ist mir egal, ich brauch... Ich will keine fahren, ich will einfach geradeaus fahren! Ich will einfach hier runterfahren! Ich sag dir ehrlich, das passiert geil! Das da, oder nicht? Das da, oder nicht? Sammy grätsch, Jordan und ich mach das auch gleich! Ja, kannst dich mal geradeaus fahren! Und das reicht! Das reicht! Das reicht! Stark, Sammy! Aber ich hab das extra gemacht! Hast du extra gemacht? Ja! Stark, Sammy, ja! Ich hätte auch richtig bleiben können! Guck mal, jetzt! Ich schaue auf alles! Ich bin nicht umsonst Michael Schumacher, ja! Und jetzt, was soll ich machen? Hey, ich hab's geschafft! Ich soll da drüber, oder nicht? Nee, du sollst Erik bei den Felsen nicht stehen bleiben! Stehen bleiben? Ja, ja! Ich dachte, ich soll die Parabel treffen! Wusste ich nicht, Erik! Ich mach das nochmal! Guck mal, was ich gelehrt hab für die Erik! Kann man doch rückwärts fahren? Ja! Du bist ein Skifahrer! Nein, 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 nein! Ich würd gesungen! Ja, ja! Auf jeden Fall! Wer ehrlich! Sorry! Sorry, ehrlich! Warum, was willst du? Ich bin Erik! Sag, ich bin der beste Skifahrer! Was? Erik! Erik! Nein, nein, nein! Erik! 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 Freunde, wir gehen jetzt auf die Piste! Entweder passiert jetzt was oder nicht, aber Freunde, wir sind Stuntsmen, wir sind dafür geprüft! Erik ist an unserer Seite! Safety first! Ich komm hier raus! Mach mal! So, wir gehen jetzt auf die blaue Piste! Oh, Sammy ist ein Hund! Sammy ist ein Hund! Sammy, Sammy, Sammy ist ein Hund! Wie heißt du? Jakob Westermania! Wo kommst du? Österreich. Wo wohnst du? Ja, wie heißt denn die Straße? Bernd Aragon. Bernd Aragon. Guck mal, ich weiß jetzt wo du wohnst, ne? Sag doch einmal Hundeflüsterer, ne? Sammy ist ein Hund! Sammy ist ein Hund! Willst du mit uns runterrutschen? Ich nehm dich auf meine Schultern, ich bin wirklich sehr gut! Ehrlich? Ey, hör auf damit jetzt, ja? Ich kann den Riff rufen. Hä? Ich kann den Riff rufen. Ja sicher! Ey, Jakob! Aber nimm das zurück bitte, ja? Ja. Okay. Jakob, was machst du? Was machst du da? Boah, Jakob! Ich dachte, wir sind Freunde! Aber jetzt scherchtern wir, wer best in Fifa ist, oder? Wer ist best an Fifa? Sag jetzt! Ohne irgendwie so parteiisch zu sein, sei ehrlich! Aber ich sag, die ersten zwei Runden, John besser! Boah, Jingle Bell, Jingle Bell! Sau, da war mein Glock! Gleich? Aber warum hat denn die alle besprochen? Ich nicht? Chad, wir gehen auf jeden Fall jetzt ne Piste höher, ja? Ja! John, wir gehen auf die Piste! Freunde, auf jetzt kann ich nichts mehr garantieren, ne? Paun mal, falls du das siehst! Kannst du mich so schieben? Ich liebe dich! Kannst du mich nach vorne schieben? Ich schieben! Freunde, jetzt gehen wir die blaue Piste, die ist für 18-Jährige, ja? Wir sind Stuntsmans! So, warte! Dann lass dich zu kommen! Okay, okay! Du hast die alle in der Tür gehalten! Ah! Ah! Top Leistung, Mann! Ah! Ah! Yeah! Okay! Wo haben wir uns zur Mundberatung? Ich komm nicht mal hoch! Was willst du? Erik! Na Gott, sicher nicht! Erik, ja! Freunde, das Ding ist, ich schwöre, ich kann kein G-Fahren! Ich schau einfach gerade aus! Ich hab davor Youtube-Vues gesehen, das ist nicht schwer! Was machst du dann? Sag, Sammy! Ja! Ja, Sammy! 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 Ja, Sammy! Sammy! Oh mein Gott! Hey, hey, hey! 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 Ha ha! Ah! Nein, 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 oh mein Gott, ich hab mein Bein gebrochen, hey, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab lebensangst gehabt. Oh, scheiße, ja, scheiße, ja, ich dachte, ich hab mein Bein verloren, wo ich da runter geflogen bin, ja, aber Erik, das war nicht schlecht. Erik, ich fahr! Erik! Ich fahr zu Jon, ich geh Jon retten, ich geh Jon retten, halt fest. Ich komme, ich komme, ich komme, siehst du, siehst du? Erik! 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 I love you, Österreich! Ich liebe Österreich! Darf ich hier ganz runterfahren? Jon! Chat, morgen fahren wir rot und wenn wir es schaffen, schwarz und wir machen Loopingswagen. Ich fühl mich dazu bereit. Jetzt alleine nochmal, ich hab den Dreh raus, du weißt das. Chat, wir fahren jetzt einmal alleine, ja. Österreich, ich komme aus dir. Langsam. Morgen wird's doppelt so geil. Boah, da redet so viel, Alter. Ski fahren, Snowboard fahren, rote Piste, schwarze Piste und Looping. Heute war wirklich nur Lernen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Weißt du, was krass wär? Wir fahren einen Berg und da haben wir ein Fallschirm auf unseren Rücken. Und da fahren wir den Berg runter, unter uns ist so zwei Kilometer nix, machen wir Fallschirm auf. Was mach ich hier, Junge? Ich hab irgendwie, jetzt schießt die ganze Bahn runter. Du bist mir zu leid zu sagen, ich sag dir ehrlich. Und bevor, bevor es die Hände auf die Knie... Nein, 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 nein. Nein, nein. Oh, mein Bein ist da drin. Hände fallen will? Ja, Hände auf die Knie. Und geht schon nach hinten. Ja, ich hab den Dreh raus. Ich hab Krampf! Ich hab einen Krampf! Ey, wie brems ich, Bruder? Das Bremsen geht bei mir nicht, Erik! Nein! Jordan! Jordan! Nein! Jordan! Ey! Ey! Erik, kann man ein Salto machen eigentlich? Ja, wenn du springst schon. Ha, 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 ha! Ohohohoho... Wie? Ah, das geht nicht, Erik! Das ist kein Salto! Es geht kein Salto! Ey, 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 ey! Erik! Ja! Ja, Erik! Sato! Ey, ich liebe dich, ja. Ja, aber Signor krieg ich kurz auf. Ja, ich mach vor, uns kurz jetzt. Wer denn hast du hingesetzt? So Jungs, ey, guck mal jetzt wie ich Ski fahre, ihr bewertet das jetzt von 1 bis 10. Wenn was ist und ich, wie heißt du? Ich schreie Simon, wenn ich Hilfe brauche. Simon! 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 Komm Simon. Aber warte, ich mach deine Kamera einmal sauber, oder ist die kaputt? Keine Ahnung. Die ist kaputt? Egal. Egal Simon, du hast Geld, ich seh das. Ich bin schon ein bisschen. Simon, ja, Simon. Ey, Simon! Okay, komm. Eizkühlscherfreunde für Österreich. Es steht schon fest, wir werden im Februar oder März in ein ganz anderes Land fliegen mit euch. Das ist jetzt unser neues Format, das heißt dick und doof. Ey, Erik, komm Sabi, ein Applaus für Erik, Alter. Ein Applaus für Erik. Du hast es wirklich durchgehalten mit uns. Also nicht viele halten es mit uns durch. Wie viele Uhr haben wir eigentlich gerade? Mein Gefühl sagt mir irgendwie, ich will diesen Berg da oben runterfahren, ja? Ich seh mich da. Jack, guck mal auf den Berg. Da ganz oben, ich fahr runter. Ich fahr runter. Da halt ich mich an einem Baum fest. Ja, du hast mich verarscht. Lebt denn der alte... Holzmichel noch, Holzmichel noch, Holzmichel noch. Lebt denn der alte Simon noch. Junge, da kann ich... Sing. Ich sing ein Lied für dich. Da fragst du mich. Wollen wir mir tanzen gehen? Ich glaub ich steh auf dich. Simon! Kennst du das Lied Holzmichel? Jan Pödemann Otze, Pödemann Otze, Arsch. Jan Pödemann Otze, Otze, Arsch. Er konnte feiern ohne Schlaf. Okay Chat, wir sind da. In dem Sinne, wir sehen uns morgen 13 Uhr. Warte. Wir werden noch ein paar Vlogs für euch aufnehmen. Falls ihr ein paar Vlog Ideen in Österreich habt, schreibt uns die auf Instagram. Damit sind wir raus. Wir sehen uns morgen 13 Uhr. Mein Vater ist Jürgen Klopp. Peace out. Ich bin sehr gut. Däufigação. Sp shots istinauge, warum keine Liebe. Vielen Dank.